Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Polizeieinsatz wegen der Riga erneut vor Gericht. Weiter in Diskussion um Verbot der Burka und das Wetter. Der Sommer ist zurück, wenn auch nur kurz. Wie war es genau, wird mehr dazu am Schluss der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 19. August. Der umstrittene Polizeieinsatz bei einer Teilräumung des Linksautonomhausprojektes in der Riga Straße 94 beschäftigt nun auch das Verwaltungsgericht. Der Bewohnerverein hat nun Klage eingereicht, wie die Taz am Freitag berichtet. Das Gericht soll nun klären, ob der Einsatz der Polizei am 22. Juni rechtmäßig war. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes bestätigte die Angaben auf Anfrage. Aus der Innenverwaltung hieß es am Freitag, man wolle den Ausgang des Verfahrens abwarten und es zunächst nicht kommentieren. In der Vergangenheit hatte Insenator Henkel den Einsatz mehrfach verteidigt. Die Teilräumung des Hauses in Frittesheim und der Polizeischutz hatte massive Proteste in der linken Szene ausgelöst. Das Landgericht erklärte die Teilräumung im Juli für rechtswidrig. Nach Querelen um die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung verzögert sich die Eröffnung der schon lange geplanten Dauerausstellung jetzt bis 2018. Der Eröffnungstermin 2017 ist laut Bundesbaudirektion wohl nicht zu halten, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters der Deutschen Presseagentur. Wegen der unabwendbaren Verzögerung bei der Fertigstellung des Baus kann und wird die neue Direktorin Wavendamm das ganze Projekt neu justieren. Die Stiftung soll mit einer Dauerausstellung im renovierten Deutschlandhaus in Berlin an das Schicksal von Millionen Vertriebenen nach dem Krieg erinnern. Eigentlich hatte das neue Dokumentationszentrum schon in diesem Jahr eröffnen sollen. Innensenator Frank Henkel hat das angestrebte Verbot der Burka im öffentlichen Raum begrüßt. Nach dem Treffen der Innenminister der Union am Donnerstagabend in Berlin ist im Gespräch ein Verbot der Vollverschleierung in Teilbereichen zu regeln. Zum Beispiel beim Autofahren, bei Amtsbesuchen, in Schulen, Gerichten oder bei Demonstrationen. Henkel hatte ein totales Verbot der Vollverschleierung gefordert. Mehrere Unionsinnenminister distanzierten sich inzwischen davon. Trotzdem zeigte sich Henkel zufrieden, weil es nunmehr klare Regeln für das Tragen der Burka geben werde. Bildungssenatorin Sandra Scheres hat am Freitag in Buch ein neues Familienzentrum seiner Bestimmung übergeben. Es ist seit 2012 das nunmehr 32. seiner Art und soll neben Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder, Treffpunktmöglichkeiten, ebenso Informationen über Hilfs- und Unterstützungsangebote für Familien geben. Das neue Familienzentrum befindet sich nun also im Bucher Bürgerhaus in der Franz-Schmidt-Straße 8 bis 10. TV Berlin stattet am kommenden Sonntag mit einem Novum. Erstmals überträgt unser Hauptstadt-Sender ein Bürgerforum der Berliner Bürgerplattform. Diese befragen in der heißen Phase des Wahlkampfes die Spitzenkandidaten der Berliner Parteien. Ungeschminkt und ohne langes Drumherum. TV Berlin bietet somit auch unmittelbar Bürgern einen direkten Draht zur Demokratie und zur Meinungsbildung. Zum Auftakt zeigen wir Ihnen in einer einstündigen Sendung ohne Werbeunterbrechung die Themen, die mehr als 80 Gruppen in drei Berliner Bürgerplattformen betreffen. Die CDU schickte übrigens ihren Wahlkampfleiter und Justizsenator Thomas Heilmann ins Rennen. Die Diskussion war nicht weniger spannend. Mehr dazu am Sonntag um 21 Uhr auf ihrem Hauptstadt-Sender. Lothar Träger, Schöpfer der Abrafaxe in der Comic-Zeitschrift Mosaik ist tot. Er sei am 9. Juli im Alter von 89 Jahren in Potsdam gestorben, teilte der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag in Berlin mit. Träger hatte zunächst als Text- und Ideenmitarbeiter beim Mosaik gearbeitet. Von 1976 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 war er künstlerischer Leiter. Mit seiner klassischen Bildung, mit seinem umfangreichen Wissen gepaart mit urwüchsigem Humor, habe Träger seit den 50er Jahren das Bild des Comics als Dramaturg und Texte entscheidend mitgeprägt, teilte der Verlag mit. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist nur leicht bewölkt. Der ein oder andere Tropfen ist dennoch nicht auszuschließen. Die Tiefstwerte liegen um die 18 Grad. Der Samstag fällt dann in beiden Teilen verregnet aus. Über die Mittagsstunden kann es gebietsweise etwas auflockern. Allgemein bleibt es daher trüb. Das Quecksilber steigt allerdings trotz allem auf sommerliche 26 Grad an. Und der Ausblick? Die kommenden Tage fallen allgemein recht freundlich aus. Die Sonne gibt den Ton an und ab und an ziehen auch mal etwas dichtere Wolken über die Hauptstadt hinweg. Es bleibt aber meist trocken. Das Quecksilber pendelt sich ein bei Höchstwerten um die 24 Grad. Ja und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Montag. Untertitelung des ZDF.